Leute, herzlich willkommen zurück zum Naruto-Mod für Mountain Blade Warband in dem wir... ich hab keine Ahnung was haben wir denn das letzte Mal gemacht hmmm 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 hmmm... schauen wir uns mal an hier ist der noch Feinde, hier ist noch eine Burg hier sind wir oh, wir sind ziemlich mitgenommen anscheinend Leute, Uhuru's Army holen wir sie uns Weltklima, was gibt's? Gib auf oder stirb Dann werden wir erstmal den jetzt hier niederschlagen 104 Soldaten Okay, das schaffen wir Alle Mann in Position, sehr gut Video ist echt Das muss immer meine eigenen Leute umbringen Ich glaube den Tau schlau, ich ausgehe an Rasen, Schuriken Oder ich weiß nicht für welcher Technik Ich will DC an, Nurse please Sorry, aber ich habe keine Nurse Och, ich hole mir wieder Stein, bam, Stein, bam In dem Fall Tinkations, da ist ein bisschen zu vernichten Habe ich das Gefühl Ja, ich glaube, damit stehe ich auch ziemlich richtig Jawohl, so gehört sie, das bringt sie Nicht bringt sie, das bringt sie Richtet sie hin Ja, teilt sie alle Wenn wir die ausgelöscht haben, ist der Feind ziemlich niedergeschlagen Ich glaube, irgendein Dorf von uns wurde angegriffen Die bewegen sich über die Flanke Finde ich nicht schön Soldaten folgen mir So, wir sind Ninjas und Westen Samurai, das müssen wir doch hinkriegen Und jetzt, Ademann zum Angriff Alter, die Jutsubi-Clane-Jone, die sind ziemlich stark Das ist die Special-Jone, was machen denn die die ganze Zeit Boah, da oben, Susano, äh, ich mein, Amaterasu Pfeile fliegen durch die Luft Oh, das ist Alex, der schöne Feindblatt Wir sollen uns auch mal wieder ein Zender vielleicht um einen Gefährten zu holen Nein, ehrlich gesagt, ein Abflugsamurai-Bewusstbus gestalten Wie konnte er das warten? Oh, hier fliegen Steine rum Oh mein Gott, und da haben von der Flanke kommen bereits weitere Samurai-Rekruten oder was es auch immer sein sollen Und greifen uns halt jenen von den, äh, vom Blitzeiter an Nein Na, das muss doch schon trocken Ah, jetzt haben sie keine Chance Okay, ihr dürft aufgehen. Sehr schön. Es läuft nicht. Jawohl, Battle One. Wir haben vier Tode, wird er zu beklagen. Das ist nicht so schön, aber... Wir haben Gefangene, die können wir verkaufen. Tiger Bundy. Ja, kommt mal mit rein. Kann es schaden, wenn wir mal ein paar Soldaten haben. So. Was habe ich mir denn jetzt überlegt gehabt für diese nächsten Folgen? Soweit ich weiß, wollte ich... Erstmal hier loopen. Und ich habe gedacht, wir könnten doch mit den Neon langsam mal ein Fliegen schließen. Vor allem, was jetzt hier alle vernichten. Und... Und drei Minuten. Fast vier Minuten. Ja, das kostet. Der ist gar nicht mit reingegangen. Das Neon Castle war das allein, das uns abgefahren... Die denen geholfen haben. Oh mein Gott, dann holen wir so Neon Castle. Das steht jetzt schon mal fest. So, warten wir mal. Und dann... Das... Und dann... Und dann... Das für die Verwirtschaftung ist das leider. Jawohl. Dann war schon mal den ersten Kill. Dann stell ich Cliffa zu. So gehört sich das. Oh mein Gott, wo umschützen? Oh Mensch! Ich wurde gerade eben glücklich worden. Oh, wer hab ich da bin niedergemacht? Ähm... Ich siehs nicht. Dann gehen wir jetzt kurz auf Seite. Warten ein bisschen. Und kämpfen gegen ihn. Ja. So, nächstes Mal bin ich nicht zu dumm und renne direkt rein. Nein. Dieses Mal greift ihr an. Und ich schau zu wie ihr alle sterbt. Wir sind ganz klar von der Wandsteiger überlegen. Und hier dürfte unsere Quantität über der Qualität liegen. Auf jeden Fall. Aber... Irgendwann ist es halt selbst die beste Liga. Ist das halt in der Liga. Ey, Cloud-G, den greift Felix an. Der braucht uns halt an die anständig kämpfen. Und dann werden Cloud-G, Cloud-G, den stirbt. Ja. Jetzt ging das auch rein. Oh, der hat's... Der hat mich echt schockt. Das war ein verdammter Ronin. Der hat mich auch wieder geschlagen. Was soll denn der... Mist. Na gut. Na... Jetzt warten wir wieder kurz. Hey, er hat sich zurückgezogen. Dann würde ich mal sagen, wir gehen nach... Nicht Clifford Swift, sondern nach Bakayama. Und holen uns mal neue... Rekruten. Denn... Auf den Samurai geb ich halt nicht viel. Muss ich ganz ehrlich sagen. ...und dann... ...wilder Mäner, wilder 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 Mäner. Ok. Ah, wie kommt hier, mir Freiwillige? 30? Ja, doch. Dann ist unsere Armee wieder gut. Bestückt. Bestückt der Armee. Ich weiß, woher an ihr alle denkt, ihr schlimme Finger. So. Ok. Okay, dann machen wir Sandgenen aus dem Tiger Bandit, Cloudionen, haben wir schon lange nicht mehr gehabt, dann Yuzuki Cloudionen, oh ja, das ist gut, dann will ich noch weitere Cloudionen haben, momentan, ich habe ja sonst immer schön ausgewogen gemacht, dass wir ein paar Frauen mit drin haben, aber jetzt wird es ziemlich grässliches Kriegshandwerk, da sollen nach meiner Meinung nach doch die Frauen sich in die Städte kümmern, die Städte verteidigen und den Männern das hirnlosige Kloppe auf den Kopf überlassen. Oh, ich sollte in meine Stadt gehen, also nach Akada, und sollte dort mal auf den Marktplatz meine Sandgen kommen, hier, den Lecken, der so da steht, da könnte ich mal wieder jemanden ausrüsten, aber anständig, oh ja, aber machst du kein Geld, das ist ja blöd, jetzt habe ich mich schon gefreut, oh ja, anständig, gell, jo, aber nö, Sein, da teleport, nö, nicht schön, nix gutes, health power, nö, latschbeck of steel balls, nö, attack and health, nö, 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 head back, gegen eine Nation und die dann mal immer weiter aufreißen. Da müssten wir noch anständig waren fließen, langsamer. Haben wir anständig Gelb wieder verdient? Na gut, anständig, das ist relativ. Schau mal in die Taverne, vielleicht gibt es hier einen Sklavene Akatsuki-Member. What are you looking at? This is Bart, excuse me, please ask me, apologize. I'm a kill-sharing gun. Actually, yes, yes. I don't know who you are, sir. Please forgive me for your grace, I must be the drink. I will be living now. Shall have one? Ja, verpiss dich, danke. Sir, I need messenger. Oh, komm. Wir können alle bei euch mehr anschließen. Wir brauchen jetzt sowieso momentan Soldaten. Um... ...diesen Krieg zu werden. Hier könnte ich eigentlich nochmal meine ganzen Truppen halten. Ach ja, man kann hier übertablen die Taverne verlassen. Dann gehen wir jetzt hier mal zum Townsender. Verlassen die Taverne. Oh, bevor wir hier das Zeug angreifen, muss ich dann hier ein paar bänden, weil das dauert wieder zu lang. Okay, aber egal. Wir gehen auch an Richtung Marder Castle. Na, es ist nur ein Beier der Weg, bis wir uns bis nach Sender. Vor... Vor... vorgearbeitet haben. Vorbearbeitet. Ja, ich bearbeite. Das ist ganz hart. Ah, Tundra Banditen, die interessiert mich eigentlich relativ wenig. Schauen, ob eine Marder castet sich mittlerweile, bitte. Ah, die haben Lord Norioris Armee. Prepare the last to attack the war. Jawohl. Und... ach, komm. Wir greifen gleich an. Attacke! Du 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 du. Was würde immer denn das sagen? Musharigaka! Ja, siehe! Die sind Japaner. Da war dein, der wundengt, nicht das Krimineer. Den Blind, kann ich doch hier erfahren. Oh mein Gott! Jaaa! Weg von... ich hab sie gekauft die haben nämlich gewehre ja das hier größter vorteil gegen uns waffentechnologie schussfonds ja ich stehe auch mal dazu also dass sie halt schießt und die machen halt instellen ah ach 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 bei meiner Folge wenigstens auch was schafft nicht weil sie alles das Ende der Welt und es ein Tor das geht schon ja das ist sehr wichtig um unsere Waffen zu verbessern das 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 ich das das ich 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 habe keine Ahnung, aber... Managed the Garrison. Ähm, was wollte ich jetzt machen? Managed the castle. Recruciations prosperity is not enough. Dann warten wir jetzt hier erstmal ein bisschen. Okay. 2-0. Zweck, Zweck. Ich bin König Herrsch, Zweck wahrscheinlich. Mal schauen, ob wir jetzt... Ihr wisst schon, was ich vorhabe. Glaube ich. Ne, das geht in der... Hey. Toll, ich find's nicht... Wurde ich sagen, in der nächsten Folge greifen wir hier... Lord Guras Amion. Und ja. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.